Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Dead Space 2. Zum Glück seid ihr wieder mit dabei, denn alleine wäre das Ganze hier anders. Triage, Assistenzarzt, Kiefer Shanks. Das ist mal ein geiler Name, Alter. Mein Name ist Kiefer. Kiefer Shanks. Triage, Raumwarnung, Stasebetten in Betrieb. Was auch immer das bedeutet. Erstmal wieder hier richtig einstellen. Ich weiß gar nicht, was man in der Richtung cutten soll. Die meiste Zeit brauchen wir es so. Ich hoffe, dass wir demnächst unsere Waffen upgraden können. Junge. Hier ist Text-Log. Hier sieht es auch erstmal safe aus. Zeig mal an hier. Wartungsbericht, Stasebett, blablabla. Tachioneneinheit ersetzt. Ermitter-Array entmagnetisiert. Das muss man nämlich genau in der Reihenfolge machen. Ich kenne mich da auch aus. Heisenberg-Gabeln kalibriert. Hätte ich auch als nächstes gemacht. Induktionsspule zündet immer noch nicht richtig. Test-Topf-Defekte-Matrix. Brauche ein Techniker. Habe Bescheid gegeben, dass nächster Termin abgesagt werden muss, da die Reparatur den ganzen Tag dauern wird. Oh, oh, oh. Oh, das wird teuer. Oh, 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 oh. Ah, wahrscheinlich müssen wir eine grüne suchen. Da. Okay, cool. Ähm. Wow. Lass dir Zeit. Was? Was zur Hölle war denn das, bitte? Du, lass dich aber nicht nochmal mit mir machen. Billy, hau ab. Billy. Hau ab. So. Text-Log, bam. Haben wir ja gelesen. Kennen wir schon. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Was war denn das für ein Typ, Mann? Wie schnell hat denn der uns gekillt, bitte? Zack. Das über die Faltungsmatrix. Was ist denn das für ein Typ? Okay, ich merke schon. Also der Teil hier, der wird deutlich mieser anscheinend. Motorsteuerung des Sicherheitstors. Wollen wir öffnen? Das ist rund um ein Jahr, ne? Warte mal. Stase können wir hier noch auffüllen, so wie es aussieht. Ja. 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 Ich hätte Stase gerne auf der Maustaste. Damit ist... Ah, verstehe. Zack. Okay. Das ist meine Energie. Da sind wir aber noch voll. Puh, fängt schon gut an, ey. Was zur Hölle, Alter? Okay, da ist noch irgendwas. Ach, du Scheiße. Leute, Alter. Wo sind wir hier bloß gelandet, Mann? Das ist noch schlimmer als der erste Teil. Ohne Scheiß. Knoten. Und bis jetzt haben wir noch keine, so eine komische Werkbank gefunden, dass wir mal ein bisschen was machen könnten. Das Medipack. Sollten wir uns merken, falls wir mal eins brauchen, dann können wir ja nochmal zurückkommen. Das ist gut. Immer eine Leiche haben, damit man im Zweifelsfall... Ne? Lieber soll's die erwischen als uns. Klingt hart, ist aber so. Aufzug zur Patientenbehandlung. Puh, Zeit zum Durchatmen, Alter. Fängt schon wieder krass an. Was zum Geier. Ähm. Gasp! Nein. Ähm. Mach uns, Gänz! Gasp! 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 Was zur fucking Hölle geht hier ab. Okay. Hier ist alles zu. Kann man nichts machen. Hier ist ein Textlog. Puh. Chairman Donovan, hier spricht Dr. Brooks. Ich habe es schon oft gesagt, werde aber nicht müde, es zu wiederholen. Mir missfällt diese Heimlichtuerei um die neuen Labore, die in der Psychiatrie eingerichtet wurden. Sie sind jetzt drei Jahre dort und wir haben keine Ahnung, was da vor sich geht. Eine solche Geheimhaltung ist in einer offenen, freien Gesellschaft fehl am Platz. Ihre Netzwerke sind so gut abgeschirmt, dass wir nicht mal wissen, ob sie welche haben, geschweige denn nachsehen können. Da beschwert sich einer, dass er die nicht ausspionieren kann, oder was? Ob direkt vor unserer Nase etwas Unethisches geschieht. Achso, deswegen wollen sie nach... Ja, gut. Wenn wir nicht bald Informationen erhalten, werde ich zu Tiedemann gehen. Tiedemann. Und auf eine formelle Prüfung der Angelegenheiten bestehen. Brooks Ende. Hm. Oh, was ist denn hier? Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Für die, die des Englischen schmächtig sind. Weißt du, was mir auffällt? Dass überall dieselbe Leiche liegt. Das ist verdächtig. Aber hier ist Teddy. Und ich bin der Meinung, wir sollten Teddy mitnehmen. Na. Na. So, Teddy. Wollen wir mal gucken. Patientenzimmer Ostflügel. Ab in den Osten. Ohne Scheiß. Mit Teddy fühle ich mich gleich besser. Ach, du Scheiße. Wow. Teddy. Nein. Teddy. Teddy, er war noch so jung, das hat er nicht verdient, ich wusste es, ich wusste es so hart, Leute, ich lasse mich doch nicht verarschen hier, what the fuck, Alter, so, aber hier sieht es so aus, als ob wir hier vielleicht tatsächlich endlich so einen Safe-Spot gefunden haben, da vorne sehe ich auch einen Shop, ich weiß gar nicht, wie das hier ist, ob wir hier jetzt endlich unseren Anzug bekommen, ich speichere vorher mal, äh, achso, lol, habe ich jetzt gespeichert, das war selbst für mich zu schnell, ja, selbst für mich zu schnell, so, what the fuck, Gegenstände kaufen, Was das heißt, wir haben im Inventar schon irgendwas? Ne, haben wir nicht. Auch im Safe nicht. Neat-Pistole, Laser-Kanone, üble Energie-Kanone, Earth-Goth-Sucher-Gewehr, übler Flammenwerfer, Detonator, Strahlen-Kanone geschmiedet, Impuls-Gewehr, Earth-Goth-Impuls-Gewehr, Was zur Hölle ist das alles? Sicherheitsanzug, Earth-Goth, Triage-Anzug, Shock-Point-Anzug, Erweiterter-Anzug, Hä? What the fuck? Kauf garantiert mindestens 10 Inventar-Slots und 5% Panzer-Mechaniker-Anzug geschmiedet. Erweiterter-Kauf garantiert mindestens 15 Inventar-Slots und 15% Panzerung. Dein Rick behält das höchste Upgrade für Panzerung und Inventar. Hä? Check ich 0, Alter. Das ist hier der normale Anzug, ne? Das kostet auch alles nicht. Komm, wir holen uns erstmal den normalen Anzug. Denn das brauchen wir, um zu überleben, Leute. Endlich. Der Anzug. Wir haben die Technologie, die Forschung und die Zukunft. Home, sweet home. Ich bin wieder da. So, jetzt lass aber trotzdem mal hier durchgucken. Was haben wir denn hier? Waffenbonus. Der Sicherheitsanzug, Erfgoth gewährt dem Träger einziger... Ähm... Schadensbonus. Achso, Detonator, Suchegewehr, Impulsgewehr. 15% längere Stase-Dauer. Kauf garantiert 15 Inventar-Slots, 15 Panzerung. Da kriegen wir überall... Ich check's halt null. Längere Stase-Dauer. Minus 5% Wiederauflasezeit für Stase... Ah, verstehe. Flammenwerfer, Harpunengewehr. Medipacks, 10%. Ich weiß nicht, ob wir hier so einen abgedrehten Scheiß... Ich weiß gar nicht, wo das alles herkommt, Alter. Muss ich mich erst mal reinlesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sollten mal gucken, ob wir vielleicht ein paar Sachen verkaufen können. Denn das kennen wir ja noch, das brauchen wir nämlich nicht. So. Das ist echt strange, Alter. Stase-Dauer. Ich verstehe halt nicht, dein Rig behält das höchste Upgrade für Panzerung und Inventar. Kauf garantiert mindestens 15 Inventar-Slots. Stranger Shit, Alter. Aber zumindest haben wir schon mal unseren Anzug. Das ist ja schon mal viel wert. Da bin ich fast gewillt, eigentlich mit unserem normalen Anzug durchzugehen und gar nicht irgendwelche Experimente zu wagen. Keine Ahnung, wo das alles herkommt, so. Ich hab ja damals das Spiel angezockt, aber so weit hab ich ja nie gespielt. So. Und da sehen wir auch schon, dass wir jetzt gar nichts haben. Ist genauso viel wie vorher, ne? Hm. Interesting. Wie es hier weitergeht, was wir noch alles erleben werden, wo die ganzen Knarren auf einmal herkommen. Ich dachte, wir müssen uns das alles erarbeiten. Und vieles mehr seht ihr in der nächsten Folge von Dead Fucking Space 2. Ne? Musik Wie ein